So meine lieben Freunde, willkommen zur 128. Folge von Fire Emblem 7 Blazing Sword. Ja, wir sind wieder hier. Ich bin wieder hier. Immer noch ein wenig erkältet, aber mir geht's besser halt, wie gesagt. Ich glaube so aktuell die Zeit, ich muss gerade mal sagen, ist 14 Uhr. Da fühle ich mich echt am besten. Da ist so, da ist Sonne, da ist Licht, da ist das Fieber nicht so hoch. Ich habe nämlich ganz leicht erhöhtes Fieber tatsächlich am Abend, aber das ist glaube ich einfach nur ein Überbleibsel der Mandelentzündung. Ich weiß nämlich jetzt, was das ist. Aber gut, ich denke mal, das ist Hector Olitex, nicht wahr? Heißt, ich muss ein bisschen Synchronstrom, aber guck ich den kriege. Alles klar, dies ist der Thron. Äh, Graubat Athos, ich habe es geschafft. Last, äh, was war? Wer ist er denn? Lasst mich kämpfen, mich, lasst mich kämpfen. Wer, wer oder was seid ihr? Mein Name ist Dunban. Äh, okay. Man nennt mich Armatz. Äh, was geht hier vor? Ich bin Macht. Macht ohne Marke. Ich bin der Drachenjäger. Ich bin der Fleischreißer, der Knochenbrecher. Der Schädelschmetterer, der Schicksalsbringer. Was zum Teufel? Ich benötige kein Siegel. Ich habe keinen Nutzen für den Müßiggang genannt Frieden. Ungenutzte Macht ist verschwendete Macht. Besser verbraucht, im Grab zu liegen, als zu kauern und zu warten. Es kümmert mich nicht, wenn, wen. Ich würde jeden bekämpfen. Hey, dieser Kerl sieht gefährlich aus. Hey, Dunban. Äh, ich meine Armatz. Wie auch immer, ist ja auch egal. Hey du, gib mir deine Stärke. Du begehrst Stärke, denn sei bereit. Sobald du solche Macht erhalten hast, wird dein Leben nicht in einem bequemen Bett zu Ende gehen. Du wirst auf dem Schlachtfeld sterben, den grausamen Garten der blutigen Verzückung des Krieges. Ich glaube, eine Stimme passt gerade voll gut zu. Das ist mir egal. Ich werde meinen Freunden helfen, nur deshalb bin ich so weit gekommen. Armatz, deine Macht, gib sie mir. Sie ist dein. Cool. So hat Hector also seine Axt erhalten. Hector! Äh, was soll ich sagen? Der Donnerhammer. Ah, ich glaube, das kenne ich wieder. Ihr habt also arm als erlangt. Ihr habt also arm als erlangt. Ich glaube, der alte Opi, wenn der meine aktuelle Stimme hätte, das würde genau passen. Ihr habt also arm als erlangt, nicht wahr, Hector? Jep. Ganz easy. So, Ellie wird, äh, das hatten wir schon. Kommt das jetzt mal auch nochmal? Nee. Okay. Smooth. Cool. Nice one. So. Mhm. Ich glaube, das hatten wir alles schon. Ja, jetzt kommt die ganze Cutscene, Freunde. Die Ninian Schlitz-Cutscene, voll fies. Okay. Das kenne ich schon, wie gesagt. Das können wir problemlos überspielen. Und zu Kapitel 21 gehen. Der Sand der Zeit. Ninian ist tot, genau. Das kennen wir alles schon. Kapitel 31. Der Sand der Zeit. Darf ich natürlich nicht vergessen, ne? So. Laut Hector, ja, ja. Bester Gesundheit. Bruder, Konferenz, Etruria. Ja, 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 ja. Das kenne ich alles schon. Das ist wieder normal. Ein normales Beispiel. Schatten wir alles schon über Alleywood-Route. Wer die Cutscene nicht gesehen hat, weil er jetzt irgendwie erst dazugestiegen ist, der sollte sich einfach mal die ersten Parts des Let's Paces angucken. Hey, Robert, ihr wisst doch. Was sagt es mir? Was sollen wir jetzt tun? Ihr habt das Recht, es zu erfahren. Was? Was kommt jetzt? Achso, das kennen wir auch schon. Nothing special. Nothing special. So, liebe Leute. Ah, das war das Kapitel hier mit den Bogenschützen. Genau, Denning. Silberbogen und Langenbogen. Ah, gut. Scharfschütze sind jetzt nicht so gefährlich. Solange kein Krippbogen dabei ist, ist alles cool. Nicht mal S-Level ist da, also... Ah, gut. Er lockt mich jetzt nicht hinterm Ofen vor, sagen wir es mal so. Obwohl, 18 Speed ist jetzt nicht zu unterschätzen. Aber er wird wahrscheinlich sowieso den Langenbogen in der Hand haben. Und dann ist schon bloß noch, äh, naja. Schon bloß noch 16 Speed übrig. So, hier haben wir einen Schlafstab schon mal. Fühle ich schon mal scheiße. Luna, Nosferatu. So, ist noch mehr irgendwelche... Schweigen. Ach, du Scheiße. Schweigen wäre schlecht. Ganz schlecht. Hier ist ein Schwertmeister. Was zum Teufel. Der hat auch noch einen Schnitter. Der Kritter mit einem Schnitter. Oh mein Gott, die... 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 Die Mania geht los. Jetzt geht's los hier. Gift-Axt für den General. Ist immer voll Verschwendung. Wie ist es zum Teufel? Guckt euch an. 74 Trefferrate. 17 Angriff. Schlecht. Übel schlecht. Aber 17 lief uns, ne? Das ist natürlich hart zu knacken. Eine Zwing-Axt hat der für uns, ne? Das finde ich aber geil. Die hätte ich gern. So. Und für die, die jetzt schon gemerkt haben, heute... Ja, es gibt wieder jeden Tag Folgen. Also heute jedenfalls. Ob ich so durchhalte, werde ich sehen. Aber ich denke mal, ich erstmal... So wie ich mich heute fühle, können wir das problemlos durchziehen. So, jetzt ist die Frage, wen nehmen wir mit? Du brauchst auf jeden Fall eine neue Lanze, Kumpel. 18 Leute können wir mitnehmen. Was zum Teufel? Nehmen wir Jaffar noch mit, ne? Kann man auch mal gebrauchen, bestimmt. So, hier Kent, Nils. Wir haben alle schon ihre Lust in Items hier. Stimmt, Nils hat jetzt die alten Items ja von Ninian erhalten. Und die ziemlich guten Statuswerte wieder mit extrem viel Geschwindigkeit und Glück. Und einen Stärkepunkt. Krass, jetzt kann er voll irgendjemand auf die Fresse bashen. So. Zum Beispiel, Elywood, weil da seine Schwester geschlitzert hat. So, Nino werde ich nicht mitnehmen, weil... Naja. Ne, das muss jetzt nicht sein, ne? Da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. So, ich glaube, da werden ein paar Plätze frei bleiben, Freunde. Man staunet. Ich brauche schon wieder viel zu viele Eisenlanzen. Ich brauche so viele Eisenlanzen, das ist schon fast unnormal. Hier wäre auch noch mal eine fällige. Hier kann ich gar nicht so viele Sachen kaufen, wie ich verbrauche. Was ich anbelieben will. So, du kriegst auf jeden Fall eine. Du brauchst nämlich... Oh, wow. 11. Krass, mehr haben wir nicht mehr? Was soll denn das? What the fuck? Ja, du hast noch welche. Du brauchst auch eine neue. Das kann doch nicht angehen. Wir können doch nicht ständig Eisenlanzenmangel haben. Da habe ich schon, da muss noch eine einzig übrig. Da habe ich noch letztens gesagt, ich bin eben ja noch dran. Wortwörtlich, die Waffen, die reichen bis zum Ende des Spiels. Scheiße, was? Okay, ein Kompott. So, Wolfbeil, kannst du mal abgeben. Trugschuss auch ebenfalls hier. Du kannst auch abgeben hier. Zack, bomb. Holst du dir mal ein Feuer, holst du dir mal wieder mal einen Pflegestab. Und noch ein Elfenlicht dazu. Ach komm, nehmen wir mal die Witter mit? Nö, lohnt nicht. Das lohnt nicht, das brauche ich nicht. So, du bist voll, du bist, ja, denk mal, reicht eigentlich. Also, so gar keine Lanzen mehr. Oder ein schönes normales Schwert. Hier kriegt man ein Silberschwert. Das ist doch mal was gut. Obwohl es hier auch eher mehr, äh, weniger Äxte gibt. Gegen Lanzen würde sich besser was lohnen. Na gut, eine Äxte kann er nicht tragen, aber er kann halt immer eine Lanze nehmen, um wenigstens keinen Nachteil zu haben. So, Priscilla, wie sieht es mit dir aus? Dein Pogativ reicht wahrscheinlich nur gerade so dieses Kapitel hier. Mh, nie. Sein Speer, sein Ultra Speer mit. So ein Mighty Speer of Awesomeness. Den Speer of Doom. Ne, wie, 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 wie hat er, wurde er immer genannt in irgendwelchen Referenzen? Äh, genau, Uberspeer. Warum heißt der eigentlich Uba? Und nicht Über. Oder Overspeer würde ich auch noch verstehen, aber warum Uba? Was heißt dieses Uba eigentlich? Ich kenne das schon aus den Pokémon hier. Im Competitive Pokémon werden die ja in so Rankings eingeteilt. Also O-U ist overused und Uba ist einfach nur, ne, überpowered quasi. Den kenne ich als OP, aber Uba? Hm, hat da irgendjemand, der der englischen Sprache mächtig ist, mal etwas dem Deutschen entlehnen? Wurde mich wundern. Aber naja, warum nicht, ne? Es gibt immer wieder die seltsamsten Wortentlehnungen. Es gibt zum Beispiel im Japanischen ein Wort, was unserem Wort für Arbeit ähnelt. Und das, also, das wird, Arubaito, wird das geschrieben, aber steht für Teilzeitarbeit. Aber es ist die selbe Bedeutung, hört sich ähnlich an. Also es ist definitiv ein, ein Lehenswort, wie man sagt. Ja, ja. Aber warum man die Menschen sowas machen, keine Ahnung. Vielleicht halten sie ihre eigene Sprache für nicht cool genug, ich weiß es nicht. Ähm, so, Schnitter, wäre auch ganz cool. Eisen, komm, Eisen ist schon reich. Du hast ja genug Stärke eigentlich, ne? Ja, richtig gut. Boah, nice one. Der hat gute Werde diesmal. So, Rath, wie jetzt mit dir aus, hast du noch irgendwie genug. Dein Eisenbogen ist auch bald dauernd, aber du hast noch einen Stahl und einen Silberbogen, den du auch recht gut umgehen kannst. Eine Farina ist sowieso überpowered, die kann mit allem töten. Töten! Äh, da fahr, du bräuchst vielleicht eine Waffe, welche ich mitnehmen möchte. Hier, kriegst du einen Schnitter. Einen Silberschwert und, äh, pfff. Ähm, nee. Einen Dietrich, haben wir sowas noch? Oder einen Türschlüssel oder sowas? Hier. Truhenschlüssel, bitteschön. So, denn, Ligold hat die Eisenhune. Die Bauern eigentlich nicht wirklich, er hat genug Glück mit 21. Ist er da jetzt nicht so der beste Kandidat für? Ähm, wir haben kein volles Silberschwert mehr, schade. Ja, du kannst ja auch mal den Lanzenmeister mitnehmen, das ist eine gute Idee. So. Einen frischen Schnitter haben wir alle da nicht mehr. Ich würde sagen, gehen wir vielleicht einfach mal Jafar, den angefangenen Schnitter. Äh, wir sind ja voll fies. Und das angefangene Silberschwert, weil ich werde Ligold mehr benutzen. Ähm, ähm, ähm. Ich würde sagen, ich würde mal ein bisschen was machen. I'm sorry, dass ich das wieder, äh, onscreen mache, aber ich wollte halt, wie gesagt, die Gespräche nicht wegdrücken, wenn ihr vielleicht, wenn da irgendwas, also da ist ja ein bisschen was dabei gewesen, was wir im ersten Playthrough nicht gelesen haben, also wird's nackt geholt. I'm sorry, aber ist so, ne? Hab ich ihn festgelegt. Immerhin haben wir ja jetzt als, ja, also, ja, so als Kompromiss halt die Animation ausgemacht haben, das ist ja die ganze Zeit. Aber überlegt mal, 130 Folgen. Fast. Schaffen wir auf jeden Fall noch. Ich weiß nicht, wie lang, ich glaub 100, äh, was, nee, ich glaub 33 Kapitel, das ganze Spiel mit der Hektor-Route und dem Finale. So, Jafar, du kannst hierbleiben, weil ich weiß, dass hier die Kisten sind. Da. Aber ich darf die nicht vergessen. Hm, vielleicht geb ich noch jemand den Türschlüssel. Hast du nicht noch? Nee. Hast du nicht noch? Naja, gut, könnte man machen, ne? Irgendjemand, der fliegen kann vielleicht? Äh, Hieff, warte mal, wo ist Hieff? Hieff, ich weiß, dass du hier bist. Und du hast auch, glaub ich, noch einen Platz frei, ja. Das wär' ne Idee. Ich weiß grad auch was, aber nicht. Das mach ich nicht. Hm, naja, ich glaub ich geb dir mal den, den letzten einzelnen Eisenschlüssel mit. Und die Frage ist eigentlich, wer kriegt die Eisenruhne? Ich glaub, wir haben alle mehr als genug Glück. Also ich weiß nicht, so sehr wenig, dass es sich lohnen würde, hier irgendwie eine Anti-Krit-Rune zu tragen. Ist ein bisschen übertrieben. Ja, eher aber, hieh, selbst wenn es mal einen Krit trifft, macht der eh nicht viel Schaden. Also, ne, ich glaube, das Item ist völlig ohne Nutzen hier für uns. Hm, ja, reicht ohne. Ich glaub, das reicht erstmal so. Das kann man so lassen. Ah, warte mal halt. Ich glaub, ich lass mal hier eine Heilung zu Hause und nehm dafür mal einen Erneuerungsstab mit. Einfach mal so. So, dann weiß ich nicht, was ich in der Formation mache. Äh, nein, das mach ich nicht. Ich werd Farina mitnehmen, weil die hat den... Nicht den Delphi-Schild. Okay, dann nehmen wir Farina mit, weil die den Delphi-Schild mit hat. Stimmt, ja, ihre Freundin hat ja viel mehr Verteidigung. Also warum? Dann kommst du mit Erneuerung hier unten mit. Heath, haut auf und fisch mal ab. Und ich hätt noch gern ein bisschen mehr mit Resistenz hier. Und zwar Erk und... Ne. Nö. Ne. Nein. Nö, das wär schon besser. Das geht... Nö, nö. Auch eher nicht. Nö. Nö. Äh, Lynn kann ich nicht transportieren. Das ist schlecht. Na, doof. Das ist ja doof. Ich könnt ja jetzt doch Farina vorne stecken, aber der soll doch hier die Kisten abräumen. Mano. Macht's mir doch nicht so schwierig. Ich... Da, 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 da. Da, 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 da. Wen steh ich denn jetzt nach vorne? Schwierig. Im zweiten Pegasusgitter? Hm. Ja, warum nicht? Warum nicht? So, zack. Weil Bartress hier ganz falsch. Ja, nämlich auch nicht so die beste Resistenz. Mein Gott. Ich entschuldige mich übrigens, dass ich immer so ein bisschen räuspern muss. Aber irgendwie muss man es ja loswerden, ne? So. Ich glaube, du kannst mich doch stehen lassen. Dann würde ich schon sagen, let's go. Mel ist erreicht ein Level up. Tom, da, Swudu, Mucke. Wow, warum müssen hier so viele Bogenschützen sein? Äh, was soll's? Solange ich dafür bezahlt werde... Hm, muss der kommen. Kann ich mich nicht beschweren? Dies ist meine Chance, euch zu beweisen. Wozu Farina von den Strong Wings in der Lage ist? Strong Wings? Strenge Hähnchenflügel? Hm, geil. Schmeckt bestimmt gut. Egal. Aber hör zu, Kai, diese Gefahrenzulage werdet ihr niemals berappen können. Ja, ja. Du wurdest eh überbezahlt. Weil Hector keine Ahnung hat. Ah, die Schallplatte. Dies ist eine Nachricht von Lautnergeil. Dies ist eine Nachricht von Lautnergeil. Waren alle Soldaten bla 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 Schnauze? Anstrengt euch nicht. Das geht mir gut. Ich bin nicht schwach. Ja, kennen wir alles schon. Ah, guck mal hier. Du, du bist einer von Lautnergeil. Genau, kennen wir schon. Stimmt, ich dachte schon. Stimmt, wir können ihn jetzt gar nicht benutzen. Oder ich hab ihn nicht benutzt. Oder ich hätte es tun können. Oh, ich weiß es doch nicht. So. Dafür würde ich sagen, wir stürzen uns jetzt hier erstmal ins Getümmel. Mitten ins Getümmel mit dem Kümmel. So, hier ein bisschen, äh, sch. Oh, komm. Stahlbogen, Action. So. Hast du noch einen Langsperr nochmal? Ja, schön. Dann wäre der guten. Reicht aber nicht aus. Du kotzt mich gerade an. Dann gehst du mal hier hin und nimmst halt den Langsperr. Ist mir auch egal. Das ist so, was hier. Ich hab doch was gesagt. So. Ja, Wurfbein. Einfach für die Sicherheit. So, hier ist gar nichts los. Da müsste jemand mit einer Lanze lang. Aber, na gut. Der Schnitter mit dem Crit. Aber du hast 52 Crit Raster aus. Möchte ich gar nicht mal mit viel Verteidigung haben. Verständlich, oder? 13. Du hast, ja gut. 6 Schaden, eventuell Crit. Eventuell Crit, sag ich aber heute nur, ne? Dafür muss er, ja komm. Igol, das schaffst du. Und hinter dir ist der Typ, der die Kisten öffnen darf, aber nicht levelt. Hehe. Ich bin so gemein, Mann. Ja, ich weiß. So, du darfst immer einen von den Typis hier einverleiben. Weil du bist eh nicht so richtig schnell. Und stehst rum und backst Kekse. Also, do what you want. So smooth. Stellt euch da hin. Ja, ich weiß, das macht keinen Sinn. So, dann geht auch mal. Ach komm, wir haben auch noch ein paar. So, T geht jetzt hier noch hier mit, ne? Ein Magic Man. Und noch einen mit Waffen. Guck mal, kannst du den Fetten mal retten hier? Die, wir müssen den Fetten retten. Ha, reimt sich sogar. So. Was machen wir denn jetzt hier? Ich würde sagen, wir machen mal einfach mal Troll-Action. Hier sind ganz viele Bogenschützen, die haben... Giftbögen, ja? Das finde ich aber nicht so cool. Du hast Flux. Du hast Flux und du hast Nosferatu. Bäh. Scheiße. Ich hasse Nosferatu. Das ist doch echt scheiße. Mann, no, no, no. Wie weit, wie weit... Oh, 16% geht aber. Hm. Ja, komm. Flame, burn. Tschüssikowski. Down, yeah. So, ich muss nur jetzt gucken, wie lange ist die Folge. Moment. Also, es geht hier wieder nicht rechtzeitig online. Das fände ich wieder extrem schade. Ich habe um 18 angefangen. Was ist 59? Okay, dann weiß ich doch Bescheid. It's going easy. So, du machst den hier oben down mit einem... Ach stimmt, du bist ja gar kein Lichtmagier. Ich war gerade bei Second Stone. Leute, sorry. Scheiße. Na, dann machst du das. Oder? Dann lasse ich dir das hier unten machen. Giftlanze Luna-E. Also, das finde ich aber nicht so cool. Na, komm, schafft sie. Das schafft sie. Das ist doch alles klar. Dililudab, dililudab. Du bist down. Und... Smut. Tjusikowski. Du bist doch ein Lutscher. Nanana. So, du bist schon Level 14, ne? Eigentlich müsste ich ja Priscilla leveln, aber... Dafür ist er mir nicht stabil genug. Ne, das macht wie immer mal unsere... Aber ich muss... Den möchte ich jetzt noch nicht anlocken. Das wäre mir ein bisschen zu früh. So, hierhin. Haha. Show me what you've got. Nämlich nothing. Du hast absolut nichts. So, du magst zwar jetzt hier übel viel Resistenz... Äh, ne, du magst jetzt zwar jetzt meinen Vorteil haben, aber ich hab übelst viel Resistenz so rum. So, dann haben wir alle benutzt. Außer Manny Nuss. Da komm. Der läuft mal hier mit. So, let's go. Und da kommt der dicke Klumpen an, aber der hat sowieso keine Chance und geht erstmal Eisgalt da unten. Mit einer Eisenlanze wohlgemerkt. Aber ich glaube, den General würde ich nicht schaffen. Der hat ein paar mehr Punkte. Der hat ein paar mehr Punkte. Da. Ne? Für den reicht's auch nicht. Och, manno. Ähm. Oh. Die dicke Sau. Oh, das reicht nicht. Das dachte ich mir schon. Too much defense. Das ist ja mal voll no go. So, warum soll der auf Distanzkampf gehen? Ich hab ja nen Bogen. Scheiße. So, die sind gemein und boxen die grünen Popel. Und Florina räumt erstmal noch nen Magier weg. Und kriegt ein Level up. Yay. Twing, Level 13. Ja, das lässt sich doch mal wenigstens sehen, ne? Autsch. Das ist kapft. Vergiftet. Oh, der Doppel vergiftet. Das ist kapft. Oh, nein. Ja, das kannst du machen. Ja, klacht sich da ein Fäustchen hier. Tschüssikowski. Du bist dauernd Kumpel. Und ein. Kein Level up. Bang. Aber jetzt. Komm schon. Ja, Level up. Auf. 15. Wow. Krass. Was war das denn? Ja, das muss aber nicht sein. Der hat nen langen Bogen. Oh, nein. Don't do that. Kack Spasti. Oh, nein. Nein. Nope. Nope. Don't do that. Das ist nicht cool. Wieso die dicken Klumpen wissen erstmal gar nicht, was sie machen sollen? Ja, klar. Ja, lass dich töten. Hast du Spaß dran? Oh, du hast mir XP gestohlen, du eklige Hafter. Oh, hat doch mal auf hier rauszurennen. Die müsste man eigentlich alle retten, damit man einfach... Was zum Henker? Ein Dieb. Ach du Scheiße. Schon so schnell? Na, das ist aber sehr ungünstig. Ein Giftschwert. Stimmt, das war das Kapitel mit den Tonnen Giftwaffen hier. Stimmt, da war was. Ich erinnere mich. So, ich würde ja gerne mal diesen extrem coolen Swoodoo Action Move sehen, aber ich glaube, da habe ich keine Chance. Ich versuch's mal. Ich will den Exitus sehen. Komm schon, you can do it. Doch, Mann, oh. Daneben kommt bei der... Oh yeah, what's weapon? Slit down. Geile Sache. Wäre zwar am Anfang irgendwie sehr nützlich gewesen, aber gut, hey, komm. Spring Level 11 und... Oh, gar nicht mal schlecht. Much more defense und noch mehr ausweichen. Ja, jetzt kannst du mit deinem Schnitt da höchstens 15 Scharen machen und das halte ich sogar zweimal aus. Das ist scheiße, Mann. Typi, Mann, du hast ne Meise. Ich schick dich auf ne Reise. So, ich glaube, ich kann die trotzdem doppeln. Boah, wie geil. Obwohl ich gerade ihn gerettet habe. Wie scheiße. Die Gegner sind so schlecht hier. Ne, dicker Klumpen. Aber 27 Trefferrate. Trotz Boni. Man sieht man schon, dass seine Ausgleichrate aber auch trotzdem gesunken ist. Sonst wäre das niemals jemand 20% gewesen. So. Schieß bitte mal jemand diesen Kackspaster aus dem Weg. Der ist mir ein bisschen im Weg. Bang! Tschüssikowski, Kuttenkumpel. Du Kuttennutte. So, weil ich hätte gerne den hier aus dem Weg geräumt. Der geht mir nämlich voll auf den Sack mit seinem Scheiß hier. Schweigen kann ich das so gar nicht gebrauchen. Nein, kein One-Hit-K.O. Mann, oh. Warte, mach mal ein anderes hier. Dazu ist der Scheiß ja da, ne? Snapshot-Action. Ich muss die Animation ausmachen. Bong. Ins Face, Kumpel. Tötet die Kuttennutten. So. Aus. So. So, hier hab ich vergessen. So, du hast den langen Bogen, ne? Ah, aber du stehst trotzdem in der Reichweite. Troll. Low-Low-Low-Low-Low-Low. Bong. Packer burn. Und ein Level ab für Pustula. Yeah. G slay angel padre. Level 12 und... Naja. Okay. Es geht, ne? Bong. Swut daneben. Und Schussikowski, du bist down. Ja. Dann gibst mir hervorragend viele XP. So, ja, dann holst du dir den letzten kleinen Pisser hier. Dann ist da hinten nämlich Ruhe. Dann können wir uns nämlich mal ein bisschen auf da unten konzentrieren. Weil da geht nämlich ganz schön die Post ab gerade. Und Florina, äh, Farina, es mag ja gut sein, aber Arlet alleine schafft sie auch nicht, ne? Oh, Ruckel, Ruckel, was zum Teufel. Das hatte ich ja lange nicht. PC jetzt nicht im Hintergrund rödeln, das kann ich grad gar nicht gebrauchen. So, hier ist noch ein dicker Klumpen. Ah, den kann mal unser dicker Klumpen, meine Damen, ne? Ja, das schaffst du. Sogar mit einer Eisenachse. Boom, ins Face und down. Critical Tornado Action. Nice one. So, Hector, du willst auch mal mitmischen. Du kannst da mal Farina helfen, ist eine gute Idee. Mit dem Wolfball. Ne, mit dem Wolfball, genau, mit dem geilen, richtig geilen Axt. Ist so geil, der Ding. So, du machst den hier dauernd auch kein Problem. Katschank. Smooth. Na, 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 na. So, wo ist meine... Na, ne, den sperren lasse ich, man. Dat ist schlecht. So, du willst mal bis hierhin. Mit der Eisenschlanze. Auf den Typ muss ich jetzt natürlich aufpassen. Weil dat möchte ich nicht, ne? Das ist Kacke. Aber gut, Freunde, ich glaube, ich werde es heute erst mal so stehen lassen. Wir sehen uns auch wieder in der nächsten Folge, das ist keine Sache Und, ähm, ja, mal sehen In zwei Tagen vielleicht wieder, ne? Wenn ich's durchhalte, mal sehen In dem Sinne danke ich euch wieder mal vielmals fürs Zuschauen Und wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dahin wieder mal Macht's gut, haut rein, tschüssikoski und Ciao